Ja, Hallöchen und Servus mit YouTube, herzlich willkommen hier zurück. Wow, und gleich geht's los hier im schönen... Und ich seh nichts mehr, ich seh nichts mehr und ich hab's überlebt. Ja, willkommen hier zurück beim Nationalgelände... beim Trainingsgelände der Nationalgelände, ja sag mal, ist ja so schwer auszusprechen. Ja, und hier haben wir jetzt gerade eine Power-Rüstung gefunden, zwar eine ganz alte, T45 glaube ich, aber... Im Geschenken-Gaul schaut man nicht ins Maul, bevor wir gar nichts haben. Dachte ich mir, wir nehmen das einfach mal mit. Thema so schlecht kann jetzt die Entscheidung auch nicht gewesen sein. Wir haben jetzt den letzten Ghoul getötet, das war noch so ein leuchtender, so ein mutierter. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurückgehen und Bericht erstatten, dann wäre eigentlich die Mission auch schon wieder abgeschlossen. Da gehen wir wieder per Schnellreise hin, praktischerweise. Denn wir wollen ja an die großen Missionen ran. Jetpack gibt's übrigens auch noch, die habe ich immer noch nicht benutzt. Ah, das ist unser Siedler. Ich habe diese lästigen Ghoul erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Kumpel, wir sind dir und den Minuten... In Ordnung? Ja, seht ihr? Wunderbar, Freund. Er hat es funktioniert. Mit Preston. Gau, wie müssen wir sprechen? Mit Preston. Okay. Wo ist denn Preston? Die Ghoul-Problem bei... Oh, er hat bestimmt wieder neue Aufgaben, der Typ. Garantiert. Ah, da oben ist Preston. In Sanctuary. Mal wieder. Die Leute sind dort relativ glücklich. 72% hört sich doch irgendwie gut an. Besuchen wir mal unseren Herrn Preston. Aber hier kann ich echt aus der Power-Rüstung aussteigen. So, Freunde. Und jetzt gehen wir mal... Oh, ich merke gerade, ich habe eine ganz schöne Verstrahlung. Ich glaube, ich brauche mal einen Red Away. Das geht mit R. Genau. Perfekt. Da ist er ja. Und summt und singt und ist fröhlich. Hallöchen. Ich habe die Gule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Gule Sorgen machen müssen. Ich habe da noch was, das ich mit dir berät habe. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Schwerer haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Aber niemand will dahin, solange die Käferplage dort nicht beseitigt ist. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedlung. Na, schon wieder eine neue Siedlung. Wir wollen versichst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück. Genau dasselbe habe ich das letzte Mal auch gesagt. Aber ich habe keinen Bock mehr auf solche Missionen. Jetzt erstmal nicht. Wir machen jetzt die verschollene Patrouille. Untersuche die Satellitenstation. Die Satellitenstation ist in dem Fall... Oh, es gibt gleich drei Stück. Dann müssen wir wohl auch zur richtigen hin. Zur Satellitenstation. Es kann sein, dass wir drei Orte durchsuchen müssen, aber... Mein Gott. Ist jetzt auch egal. Ich sehe, dass hier einiges geboten ist. Ja, und was da oben lungert, das sind schöne Supermutanten, Freunde. Die warten bestimmt auf einen tollen Empfang. Ja, und du wirst jetzt sterben, Freund? Oh, scheiße. Kriegt ihr schon mal gut Lust, Freunde, hier? Wow. Ja, die Typen haben alles Raketenwerfer und sonst was. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Da können wir ja ewig Munition verbrauchen, Freunde. Ewig. Wahnsinn. Das ist ja die reinste Supermutantenfestung. Und ich hoffe nur... ...dass ich mir schnell... Ich wollte gerade sagen, hoffentlich habe ich ein bisschen was dabei, was mir was bringt, aber... 30, 15, 15. Ich muss sagen, schadensresistent ist diese Runner-Uniform schon ganz schön. Also die ist nicht schlecht für sowas. Wo ist denn unsere... Kettling-Laser? Hier ist es doch. Jawohl. Damit machen wir das Ding eigentlich für alle Mal kalt. Gott sei Dank ist das die beste Waffe, die wir haben. Die macht Schaden ohne Ende. So, adios, mein Freund. So. Hey, das sind das viele Gegner. Das ist schon längst nicht mehr normal, Freunde. Ja, ein Verti-Bird kommt zur Hilfe. Unglaublich. So. Bin ich zu blöd, um die letzten Supermutanten zu sehen, Freunde? Ich glaube schon. Ach, da ist einer! So, der wäre tot. Hier wäre Munition. Wird uns wahrscheinlich nichts bringen, oder? Was ist da drin? Gut, 30 Schuss. Kann man mal mitnehmen. Gut, das gab ein bisschen Sprungschaden jetzt. Aber ansonsten... Oh, da oben ist noch was. Oh! Den Typ machen wir ganz schnell kalt, Freunde. Das geht so nicht. Den müssen wir eliminieren. Dieser Scheiß-Müster-Gatzi hier. Dieser Penner. Hält, ihr wisst viel aus, der Typ. So, nehmen wir mal alles mit. Ah, wo ist hinten die Penner? Ich sehe die nicht. Ah, jetzt. Hä? Ah, das sind Ritter der Bruderschaft. Ich dachte schon, das sind Supermutanten. Nee, das sind einfach unsere Freunde. Also mit vereinten Kräften gegen die Scheiß-Supermutanten. Finde ich gut. Nicht sehr gut. Und wir sind wieder Level-Up, Freunde. Das wäre also geschafft. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen müssen. Müssen wir jetzt einfach nur die ganzen Stützpunkte säubern. Weil... Der Punkt wäre ja hier, glaube ich, geschafft, oder? Schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Hier steht... Säuberer Teffington-Boothaus. Bootshaus. Das ist da drüben. Dann gehen wir gleich dahin per Schnellreise. Und als letztes gehen wir zu... Zu der anderen Mission. Wir müssen derzeit sehr viel säubern. Das finde ich schon ein bisschen krass. Oh, scheiße. Blutgräber. Tricksbiester sind verstrahlt. Aber wie? Ach so. Das war ja ein Ritter der Bruderschaft. Sorry. Du, das war jetzt keine Absicht, ne? Der Typ ist auch so doof. Oh, stimmt. Drecksvieh. Jawoll. Igitt, 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 igitt. Wow. Wow. Vielleicht so viele Kronkorken, Freunde. Alter, sind die Dinger eklig. Igitt, igitt, igitt. Das tue ich mir nicht an. Überseekoffer, da ist bestimmt was drin. Hoffe ich jetzt mal. Wow. Da ist ordentlich was drin. Freunde, Freunde. Was ist das denn, finde ich, Sniper? Habe ich ja noch nie gesehen. Die macht ja... Die müssen wir gleich mal ausrüsten, Freunde. Die müssen wir gleich mal ausrüsten und schauen, was die kann. Das ist die. Oh, ich dachte, die wäre besser. Ich... Die enttäusche mich jetzt ein bisschen. Ich dachte, das wäre was ordentliches. Margarets Notiz. Okay. 70 Meter entfernt ist noch ein scheiß Blutkäfer. Den holen wir uns gleich. Schnappen wir uns. Ich hoffe am besten mit der Sniper auf Distanz. Verdammt! Wo bist du hin? Oh, okay. Das Ding ist hin. Oh, Drecksbiest. Ich denke, das Ding kann uns nicht sehen, oder? Ja! Killt das Ding doch, Mensch. Die können doch gar nichts, die Typen. Unglaublich. Meine Güte. So, die werden alle mal gekillt. Hätten wir jetzt nicht eigentlich den Punkt schon gesäubert. Das Bootshaus sieht aber auch sehr cool aus. Es gibt schon hier echt tolle Verstecke, tolle Häuser. Finde ich gar nicht übel. Kochstation da. Hier mal eine Kronkorn wieder dabei. Alles, alles da. Und da ist eine Large Hüssel. Und was soll man hier machen? Oder war das das mit einem Funkleitstrahl, was er meinte? Bräuchte man noch einen Generator? Ja. Das war jetzt eine neue Bude für uns. Das war jetzt also die Nebenmission. Ich wollte eigentlich ganz eine andere machen. Ihr seht, es ist schnell passiert. So, jetzt untersuche die Satellitenstation. Und welche ist das jetzt? Ach so. Gut. Machen wir mal die nächste Mission. Und zwar diese Unterstützungsmission. Oder für die, wo wir die Mitglieder der stellenden Bruderschaft suchen. Die, äh, verschollen. Und das war wohl nicht so toll. Oh, das hat's gebracht, Freunde. Alter, verweilt. Da geht's da los hier. Bin ich blöd? Wow. Wahnsinn, hält das Ding viel aus. Das ist ja nicht mehr normal. Jetzt verpisst euch, ihr scheiß Hunde. Wo ist der? Alter, verweilter. Legendärer Mischlingshund, verdammte Axt. Das sind zwar alles kritische Treffer, aber das bringen die uns. Nicht viel. Dinge halten extrem viel aus. Das ist ja nicht mehr normal. Gut, Freunde. Das wäre geschafft. Die schöne Musik von Fallout ist auch wieder weg. Ich glaube, wir müssen immer noch weiter, oder? Der Ort hat nicht gestimmt. Wir müssen zur Satellitenstation, wo wir zwar vorhin schon waren. Aber gut, da werden wir anscheinend wieder fündig. Und kommen also zu den, zu den, ähm, weiteren, ehemaligen Mitgliedern der stellenden Bruderschaft. Die sollten eigentlich Gegner sein. Hier sind aber keine. Folge dem Notsignal. Gut. Bin ich richtig? Bin ich richtig, Freunde? Ich weiß es nicht. 66 Prozent? Hört sich besser an. Oh mein Gott, sind das viele Gegner? Ich will gar nicht wissen. Hä? Ach, das sind Raider. Ich wusste gerade nicht, wer das ist. Ich habe nicht mal Gegner gesehen. Die haben sich echt gut versteckt. Freunde, 81 Prozent. Hier sind wir richtig. Garantiert. Wir haben wieder einen Super Mutanten. Das kann doch nicht sein. 90. Nee. Ich sage, wir hatten gerade 90. Hä? 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 Also, ich gehe entweder hier oder hier. Weil hier ist aber auch nichts drin. Wo ist denn das, Freunde? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Wie viel Prozent haben wir hier? Ich will das Notsignal wissen. Wie stark ist es hier? 88 Prozent. Okay. Stehen wir uns mal hier hin. Wenn wir jetzt über 90 haben, kann es entweder nur hier sein. 87, okay. Das gibt es doch nicht. 89 Prozent. Aber in welche Richtung? 84 Prozent. Das hilft uns auch nicht weiter. Mensch. Was sollen wir denn hier finden, Freunde? Sagt es mir. Sagt es mir. Ich weiß nicht, was wir hier finden sollen. Kein Plan. 63 Prozent. Viel zu wenig. Das ist mal Fakt. Wir können mal da oben hochschauen. Das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, wo ich noch was vermuten könnte. Ansonsten weiß ich es auch nicht mehr. Ah, eklig. So. Hier ist aber auch nichts. Ausrüstung ist nicht ohne Grund hier. Finden wir heraus, warum. Was sehen die denn? Was ich nicht sehe? Bin ich doof? Das gibt es doch nicht. Ach so, da hoch wollte ich ja nochmal. Genau. Wieder 88 Prozent. Wir kriegen nicht mehr. Ja, da ist er ja. Gelehrter Ferris. So ein Scheiß aber auch. Und der hat einiges dabei. Wir hören uns jetzt gleich mal nochmal sein Holobahn an. Was der spricht. Hier spricht Ferris. Es ist zwei Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlem geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zum Bunker im Norden. Du wirst das überleben. Das ist alles. Alles, was zählt. Und gestorben. Wir sollen zu irgendeinem Bunker gehen. Habt ihr das auch gehört? Bunker, okay. Was zeigt es uns auf der Karte an? Noch nichts. Ja, und wo geht es jetzt hin? Sagt mir das einer oder nicht? Ich hab nämlich nicht den geringsten Plan, Freunde. Da steht auch nur, such nach dem Erkundungsteam. Das ist im Prinzip schon alles. Und das sagt nichts aus. Gar nichts. Das ist toll. Ich hab so das Gefühl, das ist wieder eine Mission, wo wir ein bisschen mehr suchen müssen. Von dem her sprechen wir jetzt nochmal, kurz mit Preston und dann ist auch wieder gut für heute. Aber bei Fallout überziehe ich auch gerne mal, weil ich sowieso so viele Folgen produzieren kann, dass ich sowieso nicht mehr hinterherkomme. Mit Veröffentlichung von dem her können wir auch mal gerne hier zwei, drei Minütchen überziehen. Hier ist Preston drinne und ich wette, wenn der wieder einen Auftrag hat, irgendwann rast ich aus. Punkt zu erreichen. Darf wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Oha. Alte Waffen. Kehr zum Bug zurück, Freunde. Ich hab den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich hab einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute... Das weiß ich. Wie üblich hab ich noch was... Ich habe Nachricht. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde... Unglaublich. Wie üblich habe ich wieder etwas Neues. Wie mich das schon ankotzt. Ja. Hä? Loll, Freunde. Die Mission hatten wir schon ewig. Ganz am Anfang. Raider-Probleme bei County Crossing. Das ist überhaupt nichts Neues jetzt. Gut. Wir müssen schnell zur Burg. Da schauen wir mal hin, was da sein soll. Aber... Was da ist, schauen wir uns nicht mehr an. Ich mach hier Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Dann geht's los. Schauen wir mal, was bei der Burg da los ist. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.